Hier seht ihr ein paar Einwegventile, die recht häufig verwendet werden. All diese Ventile haben eines gemeinsam. Sie alle haben bewegliche Teile. Und hier ist die Herausforderung. Kann man ein Einwegventil auch ohne bewegliche Teile bauen? Die meisten von euch denken vermutlich, dass diese Herausforderung nahezu unmöglich ist. Aber nicht für das Designgenie Nikola Tesla. Nikola Tesla hat tatsächlich ein Einwegventil ohne bewegliche Teile entwickelt. In seinem Patent nannte er dieses Ventil ein fluidisches Ventil. In diesem Video lernen wir nicht nur die Funktionsweise dieses Ventils kennen, sondern versuchen auch die Gedankengänge von Tesla während der Entwicklung dieses brillanten Produkts zu verstehen. Sehen wir uns einmal dieses Design an. Ein einfacher Kanal mit einer Wellenform an den Seiten. Diese Wellenform bietet einen gleichmäßigen Strömungswiderstand, wenn Flüssigkeit durchläuft. Sehen wir uns jetzt den zweiten Fall an. Hier werden die Hindernisse in einem Winkel hinzugefügt. Und jetzt die Frage an euch. In welche Richtung kann die Flüssigkeit leichter fließen? Von links nach rechts oder von rechts nach links? Intuitiv würde man hier von rechts nach links sagen, oder? Aber warum ist das so? Der Fluss ist konvergierend, wenn er von rechts nach links fließt. Aber andersherum ist er divergierend. Die Physik von konvergierender und divergierender Strömung sind recht unterschiedlich. Bei konvergierenden Strömungen nimmt die Geschwindigkeit zu, je weniger Fläche vorhanden ist. Diese Geschwindigkeitszunahme bedeutet, dass der Druck entlang der Strömung abnimmt. Bei einer divergierenden Strömung ist es genau andersherum. Der Druck nimmt entlang der Strömung zu. Dieser Druckanstieg wird als ungünstige Gradientkraft bezeichnet. Wenn der Druck entlang der Strömung zunimmt, verlangsamt sich das Fluidteilchen, sodass es nach einer bestimmten Länge zu einer Strömungsumkehr kommen kann. Diese Umkehrung führt dann zu Strömungswirbeln und Energieverlusten. Kurz gesagt, eine divergierende Strömung ist schwer aufrechtzuerhalten. Sie bietet weit mehr Widerstand als eine konvergierende Strömung. Ordnen wir die Hindernisse einmal neu an. Hier werden ein paar Hindernisse mit der Seite verbunden und die verbleibenden kleiner gemacht. Sehen wir uns an, was mit der Strömung passiert, wenn sie sich von links nach rechts bewegt. Richtig! Hier wird die Strömung zusammen mit der Strömungsdivergenz unterteilt. Danach werden die Sekundärströme so ausgerichtet, dass sie sich fast im 180-Grad-Winkel mit dem Primärstrom vermischen. Dieser Prozess ähnelt dem Mischen von zwei Strahlen aus entgegengesetzten Richtungen, was zu einer Verwirbelung des Flusses und zu einem Verlust führt. Dieses Design erzeugt somit mehr Einschränkungen als das vorherige. Das vorherige Design und wird bei jedem einzelnen Hindernispaar wiederholt. Wenn der Strom von rechts nach links fließt, kann er dagegen sehr leicht und ohne große Hindernisse hindurchfließen. Nehmen wir noch ein paar geometrische Änderungen an diesem Design vor. Das vorherige Design war nur eine Spiegelung. Verschieben wir jetzt, wie gezeigt, den unteren Teil. Nun wird die Breite des Hindernisses vergrößert. Und das ist das Design von Nikola Tesla. Im Tesla-Ventil wird der Durchfluss immer in zwei Ströme aufgeteilt. Der geradlinige Fluss ist der Primärstrom und der umgeleitete Fluss der Sekundärstrom. In seinem Design hat Nikola Tesla all die interessante Strömungsmechanik, die wir bisher gelernt haben, geschickt und optimal integriert. Kommen wir nun zur detaillierten Strömungsmechanik des Tesla-Ventils. Sehen wir uns zunächst einmal die Rechts-Links-Strömung an. Zuerst wird die Strömung in zwei Ströme aufgeteilt. Hier ist der Sekundärstrom offensichtlich sehr gering, da die Flüssigkeit eine unnötige Wendung nehmen muss, um in diesen Bereich zu gelangen. Das bedeutet, dass der größte Teil des Flusses durch den Primärstrom verursacht wird und fast geradlinig und ohne große Hindernisse fließt. Wenn die Flüssigkeit von links kommt, wird der Strom wieder in zwei Ströme aufgeteilt. Im unteren Bereich teilt sich der Fluss auf und die ungünstige Gradientkraft macht ihm das Leben schwer. Der zweite Strom trifft dagegen auf die becherartige Struktur und verliert hier an Schwung. Nach diesem Impulsverlust wendet sich die Strömung um ca. 180 Grad, was wiederum Strömungsverluste verursacht. Nach all diesen Hürden vermischt sich der Strom aus der entgegengesetzten Richtung dann wieder mit dem ersten Strom, was zu einem weiteren Energieverlust führt. Kurz gesagt, wenn der Strom von links nach rechts fließt, durchläuft er viele Hindernisse. Dieser Prozess der plötzlichen Ausdehnung, Umlenkung, Umkehrung und Vermischung findet in jeder Einheit statt. Durch mehrere solcher Einheiten kann der Widerstand weiter erhöht werden. Testen wir jetzt einmal das Tesla-Ventil, indem wir es an den Auslass einer laufenden Pumpe anschließen. Wenn das Ventil so rum angeschlossen ist, hat man eine gute Durchflussmenge. Hier ist der Druckabfall durch das Ventil offensichtlich sehr gering. Aber wenn wir das Ventil in umgekehrter Richtung anschließen, wird der Durchfluss drastisch geringer und es entsteht ein enormer Druckabfall durch das Ventil. Das Tesla-Ventil kann den Durchfluss zwar nicht vollständig blockieren, aber dafür ist dieses einteilige Ventil sehr langlebig. Da es ohne bewegliche Teile mehr Widerstand gegen den Durchfluss in einer Richtung bietet, wird es in der Forschung in der Mikrofluidik und in Pulsstrahltriebwerken eingesetzt. Das Ventil wird zusammen mit einer Mikropumpe verwendet, um Flüssigkeit in sehr kleinen Mengen, bis zu drei Milliliter pro Minute, zu befördern. Modellventillose Pulsstrahltriebwerke verwenden das Tesla-Ventil für das Lamellenventil in herkömmlichen Pulsstrahltriebwerken. Wir hoffen, dass ihr von Nikola Teslas Gedankengang bei der Entwicklung dieses Produkts beeindruckt seid. Bitte werde doch eines unserer Mitglieder, indem du auf den Support-Button klickst. Schaltet bald wieder ein für ein neues Video.